Hallo und herzlich Willkommen zu ARK Tri-Boss. ARK Tri-Boss, ich bin der Asset. Ja, die Herren stellen sich grad vor. Die heißen alle ARK. ARK eins, zwei, drei, vier. Sieben. Ja, und mit dabei ist der Noxus. Hallo. Der Onkel. Hallöschu. Der Rewano. Hey, wie geht's? Und der Dynamo. Hallo. Ja, und ich bin natürlich auch da. Oh, ne. Hi, du, ey. Hey, du. Hallo, ich. Wie geht's dir? Onkel, du elendes Stück. Wo bist du? Ich will dir helfen beim Bauen. Was? Bau deinen eigenen Scheiß. Nö, ich helf dir doch. Du brauchst doch Ressourcen, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ja, was brauchst du denn? Holz. Ich brauche Holz, ich brauche Setsch und ich brauche Fieber. Alles klar, hol ich dir. Ich muss noch mal eben kurz was trinken, sonst sterbe ich. Das wusste ich. Der sagt aber, der hilft mir nachher noch, um das auszutun. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss mich ja von ernähren hier und trinken, weißt du? Das ist so ne aus der Pfütze hier. Das ist echt, dass ich wirklich hier, ähm... Ja. Immer irgendwie zu wenig hab. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich kann jetzt... Ich bin doof. Was? Was? Onkel, ich bring dir jetzt Holz, okay? Und alles wird gut. Noxus ist grad am Schrank, der kackt da wieder da hin, ey, das Ferkelchen. Ja, 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 ja. Ich bin hier hochkonzentriert, ich hab keine Lust oder sonst irgendwas, bin ich um einen Darmverschluss zu machen. Kannst du deinen Schließmuskel nicht unter Kontrolle halten, ne? Alter. Ich kann mir die bewegen. Ich auch, ne, ich bin zu voll. Hast du Fiber? Ey, und scheiß, bring mal Fiber und Fetch vorbei. Ich hau hier grad mal alles weg. Fieber hab ich ja, hier. Kannst du haben. Soll ich reinladen in den Schrank? Drei Schräuter. Drei Schräuter. Dann kann sich die lieber Onkel einfach mal darum kümmern, einfach nur das Zeug aufzubauen. Ja, hier, Fieber hab ich reingelegt. Ihr könnt auch meinetwegen, ihr könnt auch meinetwegen schon, äh, craften, das ist ja auch Quatsch. Doch, 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 ich bin grad dabei. Dass er dann die Teile halt bloß reinhaut und ich, äh, oder ihr baut einfach mit. Boah, ich brauch mehr Gewicht, äh, egal was da kommt, ich brauch mehr Gewicht. Bin zu überladen, ist der Wahnsinn. Ja, er kommt. Äh, gut, dann baue ich auch gleich mit. Was hast du? Aus Holz? Ich mach's aus Holz, genau. Und ich weiß nicht, wie weit, äh, hinter, also wie du siehst, also bis hierhin, also in... Ich bin noch nicht da, ich komm grad durch die Tür, gleich. Hier, du kommst. Ähm, ich hab mal ne Frage, einer von euch hat doch ne Rüstung gebaut, ne? Ja. Ja, die ist hinten in der Kiste. Ist das Ganze also hinten, wo unsere Gebäude sind? Ne, die ist nicht in der Kiste, die ist doch in der Fis, Fis, also in der Bergbank. In der Smiddy. Genau. Und Rivano, wolltest du nicht eigentlich helfen, jetzt fällt ihm schon wieder ne Rüstung an. Ja, aber ich will die Rüstung haben. Ja, mit dem kommst du zu nichts. Galt, ich glaube, ja, ich bin ja schon da, ich geb dir die Ressourcen, hier warte, bleib stehen. Und dann geh ich mir die Rüstung holen. Und zwar ist es... Warte, warte, warte. Ja. Zement. Ich weiß nur eins, wir haben uns doch alle ganz arg lieb. Oh ja, arg. Lieb. Genau. Und dann treiben wir's alle. Wir treiben's. Das ging, das ging zu weit. Okay. Also in die Richtung hier kommst du nicht mehr weiter hinter. Da ist irgendwo... Also hier in die Richtung, da ist bebaut, also da ist dann hier zu hoch. Also der erste... Okay, da geht's nicht mehr. Richtig. Okay. Also können wir theoretisch nur nach vorne raus. Ich würd auch sagen, hier rum ist auch Quatsch, weiter vorne zu bauen, sonst ist hier das ein bisschen zu zugebaut, oder? Ähm... Wollen wir direkt hier... Was soll ich sagen? Hallo, Onkel? Wollen wir hier eine Wand abziehen? Ja? Oder... Also direkt hier als Abschluss. Da willst du hier aufhören? Kraster. Also... Ich bin ja am überlegen, ob er noch... Ich bin ja am überlegen, wie groß das Ding sein muss. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich sag dir jetzt wird's zu eng. Ich bin jetzt hier hinten. Ich bin jetzt hier hinten. Das ist das eine Ende und das andere Ende ist da vorne, wo Nox steht. Äh... Ich weiß nicht, ob das... Wir haben hier eine verschwenderische Aktion gemacht. Leider. Warum? Weil du mit dem Tor kannst du einfach hier... Warte, wie heißen die? Die... Äh... Die Wooden Fans. Die kosten wesentlich weniger als die Foundation. Und dann einfach die Wooden Vault da drauf gesetzt. Damit hast du viel mehr. Hm. Ich bin aber... Dynamo? Ja? Ne, du hast gar nicht die... Du hast gar nicht die Rüstung gebaut, ne? Oder warst du das? Ne, das warst du nicht, ne? Ne, das warst du nicht, ne? Stimmt, wir bräuchten ja eigentlich auch bloß einen Rand zu bauen, ne? Wer war das nochmal? Exit oder... Nö, Nö... 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 Äh, mit wem redest du? Mit dir. Du stehst vor mir. Ich weiß nicht... Ne, Warno, ich komme gleich rüber. Ich kann... Äh, Nox, du hast hier gebaut, ne? Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich kann noch der, ja, kann ich noch. Ich komme mir grad voll doeinander mit dem Namen. Was? Was für mich gebaut? Den Helm habe ich jetzt aufgesetzt, den du da hast. Der heißt, ähm... Ja, den habe ich gebaut. Genau, Schettinhelm, genau. Ne, habe ich. Und jetzt habe ich... Der Rest habe ich jetzt noch. Hide Boots, Hide Gloves und so weiter, genau. Und dann brauchen wir nachher noch die... Brauchst du hier irgendwelche Ressourcen? Ja, Schettinhelm. Ich bin... Bin gerade am überlegen, was wir jetzt dann machen. Schettinhelm. Sollen wir dann jetzt hier einfach den Rand... Dann kann man ja das Holz hier wiederholen von dem Holz. Äh, richtig. Schettinhelm. Ne, ich kann momentan nichts bauen. Okay, dann muss ich... Also Schettinhelm war, glaube ich, von den Ameisen und so, ne? Ja, von den kleinen Gäbern. Oh. Muss ich dann nachher mal ein bisschen jagen gehen. Hm. Von den Drecksviehern. Ach, mit dem Metallschwer geht das ganz gut. Äh, Mo? Ja? Die Folge mit dem Mistvieher kam auch heute raus, ne? Oh, wei. Wenn ich die Wooden Selling... Kann ich die einfach ransetzen an die Wooden Sedge-Dinger? Weil, äh, ansonsten muss ich ja die Wooden Sedge-Dinger auch wieder... Die kannst du frei auf den Boden setzen. Weil dann muss ich aber die Foundations ja auch wieder wegreißen, ne? Ja. Onkel, ich hab Ressourcen für dich. Ja, kannst du wegreißen? Musst du nicht. Alter. Was denn? Ich bin grad wie ein Flummi einfach nur weggestammt. Ich bin ausgesehen gegen... Ich bin grad sowas von überlastet, ähm... Ja, kannst du erst mal bauen. Gegen Spikes geknallt. Achso. Mit dem Kopf. Ich hab... Ich bin überlastet, Rebano. Ja, ich sag ja, äh, baust du ein bisschen was und dann kannst du wieder... Ich kann mich nicht... Wird's denn dann leichter? Schmeiß noch was raus. Hast du mir Hilfe? Warte, ich mach einfach mal Craft Oil 5. Alter, schwimmst du grad? Ich sammel... Ich sammel mal den Zeug hier weg. Was machst du da? Naja, zumindest hab ich schon mal nen geilen Helm. Was sammelst du weg? Was? Was? Hier, das Gewächs. Alter, was? Das... Das Unkraut! Das Unkraut! Meine Fresse! Alter! Das labert... Ihr labert eine Katte hier. Boah! Was verstehst du denn daran? Ich sammel das Unkraut weg! Damit du was siehst! Boah! Alter! Oh, ist das lustig! Weißt du jetzt, wer schwimmt da übern Boden? Hat er irgendwas von sammeln? Äh... Warte, 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 warte! Hat die Spitzechen in der Hand? Watt, watt, watt! Achso! Was? Ich hab dir grad hier das ganze Fetsch reingestoppt. Was? Ach, ich wollte deine Monster titten, wollte ich noch zeigen. Tu mal deine Hand runter. Warte. Guck mal von der Seite. Guck dir mal diese... Diese komischen Körperbau an, ja? Exzellente! Hehehehe! Kuscheln! 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 Ich kuschel immer mit der Frau! Den... Den... ...kömischen... Den... ...kömischen Körperbau! Da kannst du... ...Statuen in Steine reinkloppen, ey! Hat, eh... Noxus, hast du Lust mit mir Settin zu sammeln? Oder Kretin, oder wie die Scheiße heißt? Kann man machen, klar! Ja, aber ich will auch so ne geileres... Warte, 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 da denk ich erst mal Ulfried weg! Ja, ich... Dann... Sollen wir am besten mit den Raptoren jagen, oder? Ich hab keine Ahnung, wie du die Vieche am besten jagst. Ja, mit Raptoren, weil die sind schnell. Am besten mit dem Speer. Am besten mit dem Speer. Am besten mit dem Speer. Wir reden von Tieren, Alter. Hehehehe! Hehehehe! Am besten mit einer Waffe! Oh, ich reite jetzt auf meinem Speer entlang. Warte, 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 du kriegst die Dinger saugut platt mit der Armbrust. Modus anbrüste machen Prozent Prozent ja auch so wie er hat man mit einem tollen die Anfänger alle in den Raptor und dann geht's ab eigentlich wollte er den Namen und um die Hälfte und er ist er da die Rüstung zu haben ist viel besser dann war gegriffen werden kann ich besser helfen und kämpfen Prozent wie können wir können das können oder in der Nähe nehmen aber am besten Onkel bei der Welt der gleichzeitig ein bisschen mit ich hoffe wir haben noch Viber ja dann nimm den, mir ist das wurscht Alter, der andere ist 74, das bringt doch nichts ja gut, der Onkel ist auf was geht man da eigentlich bei dem Leben oder Leben, Angriff und Ausdauer Milli-Damage ach so, der ist nochmal gestiegen oh ich hab schon wieder Durst, das gibt's doch gar nicht Moment, ich muss mir irgendwas ertrinken holen also warum durstet meiner die ganze Zeit so extrem, das ist echt krass was, der leckt mich doch am Arsch das ist, wenn man alles rumrennt ach Mist, jetzt ist der mir näher gelaufen ja, ich hab die Wasserflasche gefüllt Onkel, weißt du jetzt wie das geht mittlerweile? was, 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 was? die Wasserflasche zu füllen alter, meine Fresse, du laberst ich hab keine Ahnung ich bin hier, ich hab hier voll zu tun mit meinem Scheiß hier und der labert mich mit irgendwelchen Scheiß das Problem mit diesem Wutten Kack, was ich machen sollte, ist, dass, äh, ich komm da nicht weiter hier ähm, da, das hört halt schon eher auf äh, also wisst ihr was ich mein, also äh, ihr macht das schon ja, ich wollt dir grad helfen wo, wo hast denn du die gelegt? äh, hier äh, siehst du? okay, lass uns aber zusammenbleiben hier kam ich mit den, hier kam ich mit den Dings, kam ich weiter, aber hier zum Beispiel ist schon rot hier kann ich nichts mehr hinbauen hä, hier liegt doch gar nichts die töten Schildkröten und sowas was? aber Traik sollten wir uns nicht anlegen doch, hier, wo, ich, ich lauf doch drauf rum folg mir, hier hinten am Strand sind die komischen Krabbelviecher meistens ähm, ja, ich komm mal eins mal was zu füllen ich glaube, äh, also wir haben nur die beste Erfahrung gemacht, dass die oben auf die Welt drauf sind ich seh die nicht was siehst du nicht? ich sind hier, ja ich seh die nicht was sind? die Krabbelviecher oder hast du die auf die, äh, Foundation drauf gebaut? was ist hier los? nein weil die kannst du auch auf die Foundation drauf bauen nein, hab ich nicht hä, ich seh die auch nicht oh, die haben den Blutpatch aktiviert hier doch, doch ja, jetzt wird er gefressen, der Drecksack hier also, es, äh, wird mir doch, fress den mal auf jetzt ist es weg jetzt ist es auch nicht was ist das hier los? hier ist nur ein Fetschboden drunter wo ist denn das hin? hä? das ist da drunter einmal alles weg ist das jetzt hier schon das Ding? ja sehr schön, sehr schön und du hast dein Lebenssynerky geht schon langsam wieder bergauf, oder? ein bisschen ja, dann töten wir noch ein paar töten wir noch ein paar, ja davon ist ein Para wo? boah, Alter, Framerate-Einbrüche ah, das sieht so geil aus, wenn du auf dem Raptor da lang reitest die Dinger kannst du nicht einfach auf den Boden legen doch, warte geht nicht, das geht nicht das läuft, geht Paralophos, Paralophos, stirb du ver- ah, schon tot, okay, fressen auf du meinst doch diese wooden selling, ne? wie meinst du? nein, wooden fence das hat du so schön gemacht okay, dann ist, ähm, dann hab ich das falsche gebaut, äh, ja, das ist, äh, sehr schön, ähm ich helf dir jetzt beim Bau und ich fang grad mit den roten fence an wo ist denn die kack fence? warte mal, hier ist ne Kröte oder willst du ins Deko? ja, ja, ne, was ist, das ist, das ist, das ist Deko da ist ne Kröte, da ist es Deko, was willst du denn haben? ja, die Kröte, ne? naja, komm, renn ich glaub, das, obwohl das Deko, hm, der könnte, könnte mal packen, oder? sag mal, bin ich bescheuert, oder was? ja, das gibt's doch gar nicht naja, also, wenn du jetzt ehrlich einen Antwort haben willst naja, hab ich diese vielleicht, hab ich diese wooden fence vielleicht noch gar nicht ah, du scheiß Filkröte, stirb endlich ach du, Piranhas, komm raus, komm raus aus dem Wasser einmal drei alter, die ganze Familie kommt gar nicht ja, keine Ahnung snack, 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 snack mhm, ey, wir sind halt, schau mal, die ganzen von links also, komm die hier alter, ich hab keine Ausdauer mehr, mein Raptor ist grad müde, ey ins, geh sie, ich fress dir deine Augen alter, mach den Weg töte ihn, töte ihn putten fence da, kannst ihn auslutschen, aber pass auf, dass die Piranhas den nicht weglutschen oh, da sind auch drei, warte, ah, ich muss raus ey, die schwimmen dir hinterher wie die Kannibalisten ah, wie die Kannibalisten jetzt, die CDU, die SPD und die Kannibalisten die Kannibalisten ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck jetzt grad die ganzen Entgramms durch es gibt überhaupt keine wooden fence ich baue dich doch hier hin ich hab ne wooden selling, ne wooden sign, wooden door frame wooden door wooden fence foundation mhm, nach, wir laufen einfach mal links und hoffen wir mal, dass da endlich solche kleinen Ameisen kommen ich will mal kurz helfen, äh, ne stone fence, stone fence foundation find ich hier, wooden fence foundation ne, wooden ja, wooden fence foundation, die ist direkt neben der Tür rechts neben der Tür ach, wooden fence foundation ach, wooden fence foundation das ist ja wieder was anderes ne, hä, warte mal was ist denn da los, was ist denn hier los ja, wo ist das denn hier los Wollt also nur ein bisschen Fleisch mit Kinders Reden und das ist sofort weg also wenn ich auf Inventar klick das sofort weg nur ich hab noch drei fleisch über Euro wie kannst du direkt in den Inventar gucken wenn du drauf sitzt mit welche Tasten mit etwa das unter Händen ist Dino als 17 habe ich als gibt's doch endlich sonst war das immer sofort weg okay 17 leichte zum Fleur Schiepia so aber diese komische Armeisen haben wir gar nicht hier die Wissensatzes in den höheren Regionen und sieben so ist es bisher Prozent erster in die Portion jüdischen Tiefen das Berühren der Figuren mit den Pfoten guck mal da ist ein neuer Dino da hinten ist das ein ist das ein an oder was ist das für einer der den langen Hals da angreift siehst du das ähm ähm acid ich hätte jetzt hier Haufen Wutten gefunden ich geb dir mal die Dinger einfach siehst du das da hinten der langen Hals warte mal ja was ist das für einer ein Raptor ne das ist ein Raptor und eine Arme ne das ist was anderes das ist ein Miniserics ja genau das sind die ja die paar ich gibt es für die Termine Jo soll man mal in einer Aufnahme hingehen ich bin zu schwer ich würde den gern mal sehen warte 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 ich muss erstmal Gewicht ablegen warte dahin ist der Haber lass er erstmal reisen ich kann mich nicht bewegen verdammt gib mir was her noch dann kannst du dich wieder bewegen alter oder das könnte um ne das ist ja was anderes ähm boah du hast den grad voll weggekickt der fliegt ja ich schmeiß den grad hin ich setz kurz die Wände und dann können wir grad weiter ok gehen wir hier rüber oder was hast du das hingeschwissen weil ich finde ich dazwischen ist alles äh ich guck erstmal ob hier Piranjas ankommen ja ja das ist schnell ach ja ja total versteckt jetzt kann ich mich nicht bewegen ja bau erstmal hin che Porco ran Ich sch RGB ich hab grad äh Oh Ey pass auf mhm warte mal wenn wir auf die Seite wo du grad bist das Dino Gate hinbauen sind äh ich hab's jetzt schon hier lang ja das geht auch aber das wäre doch dann he Ich will gar nicht den Namen wissen. Der ist ein Kano, oder? Ich kann leider nicht hinkommen. Ist das ein Kano? Schaut so aus. Der boxt mich. Wo du jetzt gerade die Wand hingebaut hast, das wird da vielleicht das Dino-Gate an die Seite machen. Alter, ist ja schnell. Ich hätte das jetzt von da hier rübergezogen. Schaffen wir den? Wir müssen ja einen Eingang machen. Ich dachte bloß, wenn wir das Dino-Gate dort können wir gleich vom Eingang aus reingehen. Aber ist egal. Mach, mach, mach weiter. Ist wurscht. Ja, ist ein Kano. Ah, stirb, du dreckiger Bastard. Ja, ist tot. Ein Kano Level 100. Fress ihn, fress ihn. Der ist schon weg. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Guck mal, der hat sogar einen Verband um den Fuß gelegt. Habt ihr jetzt einen Dino gefunden? Nee, war ein Kano, aber der sah so anders aus. Das war ein Kano Level 100. Kannst du mir die Fans-Dinger wieder geben? Riecht mich am Arsch, das war was. Ich muss jetzt was fressen. Ich brauche Heilung, ohne Witz. Ja, ich auch. Ich bin auch noch beim Drittel. Du humpelst voll. Hilf mal, neunzig ein Stück. Oh, humpelstielstielstiel. Ich bin schon wieder zu fett. Verdammt. Was bin ich ein humpelstielstielstiel? Ja, pass, guck mal, da hinten der lang als der blutet. Da ist irgendwas gefährliches. Sollen wir da echt mal hingehen? Ich musste doch nochmal die Hälfte hinschmeißen. Ja, wir brauchen was zu fressen. Erstmal easy, hier muss doch irgendwo ein Dino sein. Muss uns das jetzt zünden. Hey, was? Es ist rumgebacken, hier. Nee, ich muss den Baum. Oh, hier unten. Hier sind sie. Hier sind sie, die Flügelfiecher. Was? Da, rechts, 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 rechts. Ja, 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 kann man jagen. Komm her, komm her. Komm her, ist gleich vorbei, du Libelle, du. Komm her. Kann ich jetzt das Dino-Gate hier, kann ich wegreisen, ne? Das ist ja, wir brauchen eh ein großes für den... Ja, richtig. Kannst du wegreisen. Ich würde sicher nicht tamen und sich draufsetzen. Hm, bestimmt. Was macht eigentlich der Dynamo? Oh, ich habe ein Shitin habe ich bekommen, ein Shitin. Guck mal, was ist jetzt ne? Dynamo, wo ist er? Ein Armbruch, cool. Ach, da sind die gerade voll ins Wasser geboxt. Ich will auch ein Armbruch, ich sammle das Shitin. Ähm, diese Setsch-Dinger brauchen wir die noch? Äh, diese Wooden-Dings, soll ich da noch welche craften? Aber da hinten ist ein Licht. Äh, ja, theoretisch schon. Schauen wir es mal hin. Ne, das ist blau, das ist, glaube ich, der Level 30. Oder 25, ich weiß gar nicht. Wenn ich Level bis zu 18 noch geht, dann kriegen wir es nicht. Also, ich craft ja auch. Armbrust, musst du dich nur mal zulegen. Also, da unten ist ein... Armbrust, musst du dich nur mal zulegen, weil ich hab bloß einen Feiernbogen. Äh, nicht noch mal. Ich guck mal eben ab, wie viel Level das ist hier. Schmeißt du mir gerade den Rest hin? Äh, 25. 25, ja. Äh, da unten ist ein Kano, der klappt sich gerade mit zwei Trikes. Ja, vielleicht, äh, gut, ich würde den, ey, so ein Kano würde ich auch gerne zähmen, weißt du? Ähm, du hast es wieder aufgenommen. Alter, komm mal her, ist alles weg. Nee, noch nicht hier. Geile Scheiße. Danke dir, Alter, ist das geil. Ich werde ja beschenkt, das ist, ich, das ist, oh, ist das schön. Guck mal, da ist ein Raptor im Wasser. Naja, der ist ein bisschen tot, hä? Ja. Äh, hier sind Ankylosaurus. Die sind alle voll angemobst, die Ankylosaurus, die Ankylosaurus, reißen wir auch weg. Äh, ja. Komm, Angriff. Ja. Ach, der Schanto, ja, den haben wir mal mit, der, der hat, sein Schwanz war schon gebrochen. Alter, der Kano ist tot. Krass, ja. Wie geil sich, wie geil sich so, es ist bewegt, auch cool. Ja, ich bin voll. Hier, der Trike ist auch ganz schön angetotzt. Ich spüre den Baywatch. Sollen wir den weghauen? Von hinten, aber... Warte mal, was hat denn der? Level... Baywatch? Level 650. Sieben Stück hätte ich noch einstücken. Stücken, einstücken. Nice, komm, wir können. Ja, warte, ich tue jetzt erstmal alle hinsetzen. Ah, sauber. Soll ich, ich hab noch Haufen Wände, soll ich die gleich oben draufsetzen? Boah, ja, kannst du das setzen. Das ist ja eh höher. Ey, Dino, Dino Gangbang ist das hier, ey. Hey, Kinder, das seht ihr nur in meiner Aufnahme. Ey, da hinten sind aber auch ganz viele andere große Dinos und Skorpione und... Komm, wir gehen mal gucken. Junge, das sind für... Alter, was ist denn hier los? Und scheiß. Leute, ihr hättet hier sein müssen. Fünf Kondos und bestimmt 20 oder 30 Parasaurier. Und Skorpione, Triceratops, Flugsaurier und Fliegen. Ist die Wand falsch rum? Und ich hänge hier gerade fest. Wo ist denn Adda? Ja, gehen wir rüber, oder? Oder bei die Insel, komm mal, wir laufen hier lang. Ist die Wand falsch rum, oder muss die... Ich weiß nicht, aber wir müssen was... Ich weiß nicht, wie man die dreht. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich glaube, die Service hat gerade gestartet, alles wäre da. Ja, kann sein, dass hier ein Mega-Party ist, ja. Jetzt brauchen wir halt mal schon rum. Ich weiß, ich habe gerade so Frame-Einbrüche. Ja, was so gerade ist. Bauen wir halt falsch rum, ist doch wurscht. Ah, eine Fliege, eine Ameise. Mo. Alter, die mobsen sich alle gegenseitig hätte ich das Haus, ne? Drei Ankylosaurier. Gold. Die kriegt aber nicht platt. Äh, eben hatten wir auch einen weggekriegt. Ein Raptor liegt da rum. Alter, hier ist alles tot, ey. Was ist... Äh, die... Wie... Warte mal, wie... Kann einer von euch die Eröffnungsmelodie von Jurassic Park? Nö. Und... Dö, 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 dö. Ja, genau. Das war... Ich kann die kurz am Handy anmachen. Nee, lass mal den Parasaurier, oder? Reichen zwei hoch oder soll ich noch den oben draufsetzen? Ach, was gegen Reichen. Du setzt ja immer noch einen drauf. Äh, 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 oah, der fliegt ja drei Kilometer. Voll weggedupst, ne? Ruhig. Alter. Ah, ich hab noch ein bisschen Scherzien gefunden. Und vier Ameisen. Äh, vier. Ich bin erst mal aufgestiegen, oder? Easy. Äh, ist aufgestiegen. Dö, dö, dö. Alter, ich hab noch 26 Fleisch über. Ist doch geil. Ja, wir können uns nachher ordentlich die Bash-Party machen, ja. Aber ich würde, hat einer von euch schon mal einen Gompi gesehen jetzt? Einen was? Ein Gompi, ein Gompi. Das sind die Kleinen von Jurassic World, äh, Jurassic Park 2. Die Kleinen, ähm, die den eingefressen haben da. Und am Anfang das Mädchen den Döner geklaut haben. Du bist nicht so ein Döner. Ja, doch, das war Döner. Hallo. Alter, der Döner macht schöner. Weißt du den Weg noch zurück? Alter, frag mich niemals nach dem Weg. Das ist gut. Nee, wirklich. Frag mal Mo, das ist, nee. Ja, der und Katte lesen oder Wegmerken kannst du vergessen. Ich hab alleine den Arena zu Fuß gefunden, äh, die Arena zu Fuß gefunden, also bitte. Alles klar, das ist doch gut. Achso, wir sind schon über so 23 Minuten, leider. Ja, dann machen wir jetzt einen Cut, wir bleiben in mir stehen und dann gehen wir gleich weiter mit den Raptoren. Ja, weil bis wir hier durch sind, das ist auch noch ein bisschen. Hast du gesehen, da oben ist eine Base, ne? Siehst du das? Ist das nicht schön? Schon. Wunderschön. Perfekt. Oh Gott. Stego, entspann dich. Ja, äh, Onkel, beendest du dann? Oder wer, wer war dran? Du, ne? Nö, das war... Moses. Moses muss beenden. Achso. Ja, dann sehen wir uns mal wieder. Bis dann, tschüss. Ciao. Arrk. Arrk.